Was geht ab? Was geht ab, man? Alles klar? Wie bei dir? Alles gut? Gut schon, ja. Was geht ab, Leute? Honge, mit am Stadttatti. Wir treffen uns für ein paar Sachen hier zum Öffnen. Seid's gespannt. Grüße gehen erstmal raus an Lootchest. Das letzte Mal hatten wir was Supersaftiges, worüber sich die Jungs gestritten hatten. Oh mein Gott, stimmt, man. Die geile Decke. Ja, die geile Decke. Schau mal, was dieses Mal drin ist. Tja, fangen wir mal an. Wieder mal das T-Shirt. Warte, ganz ehrlich, ich seh jetzt schon geile Sachen, Mann. Tja, wenn die Jungs nicht kommen, oder? Ja? Was soll ich dazu sagen, Mann? Was ist das? Mein Nachbar tutere oder sowas. Das ist eine krasse Verpackung. Batman Black and White. Minifigur. Oh mein Gott. Alter. Alter. Alter, schon geil. Mal fest. Schon geil, oder? Ja. Da ist nichts mehr. Da hab ich so ein Sixpack an, Leute. Richtig, äh... Richtig, äh... Detailgetur. Schon geil. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und das ist halt eine Figur draus wahrscheinlich, oder? Kennst du die? Nee. So eine Ente. Gibt's verschiedene Figuren? Anscheinend alles Enten, Leute. Das ist Ghostbusters. Dr. Egon Spengler. Ja, Mann. Kuss geht los an den Egon. Das ist ein Stammzuschauer. Jetzt sind wir am Start. Ja. Oh, geil. Nice. Ja, das sind diese Monster von diesem Game da. Ja. Dieses ganz alte, ich glaube Atari war das oder so. Ja. Was soll das sein? Ein Anhänger, oder wie? Ein Anhänger, Kette oder sowas. Und dann hier noch. Was ist das? Ein Kaugummi oder so ein Kuti. Ja. Scharf oder wie? Scharf oder sauer? Crazy sauer. Ja, vielen Dank, du Chest, für diese Box. Checkt die gerne ab. Link ist unter der Beschreibung. Dies, das, Ananas. Ihr wisst Bescheid. Wir freuen uns jeden Monat darüber. Tatjana herausgefunden, wofür das hier ist. Duftanhänger fürs Auto. Gleich machen wir noch die Kogo Box auf. Bisschen Real Talk noch über Kogo. Ja, Mann. Echt leidend eigentlich, Mann. Dass wir uns immer noch Boxen schicken, Leute. Haben wir es verdient eigentlich? Eigentlich echt nicht, Mann. Also, am Anfang haben wir echt Gas gegeben, dann schon, ja. Aber die letzten Monate, ich sag jetzt mal November, Dezember. November, Dezember, ja, ja. Ja, das war echt nicht so toll. Ja, ja, ich weiß schon. Also. Und ich nehme mal an, du bist so von der Mentalität her so wie ich, wo du auf jeden Fall das nicht einfach so Almosen mäßig geschenkt haben willst, sondern schon dafür unseren Teil erledigen willst. Ja, klar. Auf jeden Fall. Dass es sich auch für die lohnt. Jetzt nicht nur, boah, krass, umsonst einstecken und das was, sondern wir wollen natürlich, dass die Partnerschaft sich für beide Seiten immer lohnt. Ja, genau. Das ist doch komisch. Ja. Wenn die uns natürlich sowas schicken und uns halt immer jeden Monat gewohne Boxen geben. Ja, mal Rabatt kurz, super saftig. Ja, aber sollten wir auch was dafür tun natürlich. Ja, auf jeden Fall. Deswegen Januar. Packen wir das nochmal hier mit mehr Elan an. Checkt das Video dann ab. Wir sind immer sehr motiviert und fasziniert. Ja. Gönnt euch das Video dann. Wir sind begeistert von Kogo. Ihr wisst ja Bescheid. Heute waren wieder super saftige Sachen mit dabei. Echt nicht schlecht. Ja, Mann. Ich frage es halt nur, inwiefern wir das noch weiter verdient haben. Ich hoffe, ein bisschen geht noch. Wir versuchen uns zu bemühen. Bargisch meinte, er haut demnächst eine fette Bestellung rein. Mit Rabatt kurz super saftig. Vielleicht rettet uns das. Dann sehen wir, boah, krasse Verkäufer und so. Dann geht er schon weiter. Apropos Bargisch. Und krasse Verkäufer. Er will demnächst seine Einnahmen erzählen. Frage hatten. Seid gespannt beim nächsten Livestream, der zustande kommt. Er ist heute leider nicht zustande gekommen, aber demnächst. Für alle, die gefragt haben. Eine Frage. Finanzmäßig. Ich habe mich dazu entschieden, die Videos erstmal ruhen zu lassen. Obwohl jetzt aber das Interesse kommt. Jetzt fragen viele, wie funktioniert das mit Bitwaller und so. Aber jetzt ist es zu spät, Leute. Jetzt ist es zu spät. Feedback hätte am Anfang kommen müssen. Das ist der Punkt. Jetzt haben wir uns schon für diese Richtung entschieden. Ja. Wir müssen uns auch endlich mal entscheiden. Wir können nicht hier und da und dies, das machen und dann das und dann das wieder. Ja. Und jetzt kommt halt erst das Interesse. Leider zu spät, Leute. Leider zu spät, ja. Und wir haben ja, Bargisch hat ja auch gesagt, wie viel, 150 Likes oder so. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Das hat natürlich, ich glaube, diese Funktion ist erreicht worden. Aber hat dann ewig gedauert. Wenn die gleich am Anfang gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich weiter gegangen irgendwie. Ja, das ist halt der Punkt, ja. Man muss echt mal Vertrauen haben bei sowas, ja. Wenn man irgendwas hört und es klingt interessant, ja, muss man sich da vielleicht gleich dazu schließen, sich da mal damit zu befassen. Und jetzt ist es halt echt leider zu spät, ja. Also für uns nicht, aber für euch vielleicht. Nee, für euch ist es auch noch nicht zu spät. Also zwei Channel, vielleicht machen wir noch hier und da was. Also man kann immer noch reinkommen. Wie gesagt, wer Interesse hat, der kann mal im Live-Stream vorbeischauen oder im Telegram-Chat. Ja, Telegram-Chat ist jetzt nicht nur für Finanzen. Also wir wollen euch da nicht reinlocken, aber dort wird halt, ist halt am leichtesten, uns zu kontaktieren und dort wird halt in der Regel momentan darüber sehr viel geredet. Wie kann man das so, die richtige Balance finden zwischen, okay, die Leute dafür interessieren, das Interesse wecken und nicht die Leute blenden und so. Boah, hey, wir machen so und so viel, jeder muss uns jetzt nachmachen und so. Weißt du, was ich meine? Das ist genau der Punkt. Also ich will ja, dass Leute Interesse für Bitcoin entwickeln. Genau. Und sich aber dann selber informieren und dann für sich selber entscheiden, okay, das ist was für mich oder nicht. Genau. Und nicht sehen, boah, Hong, Barisch und Tati, die machen so und so viel Geld damit. Nein. Ich hole mir jetzt Kredit und mache das nach oder so. Das ist genau, also ich bin das beste Beispiel dafür, ja. Sagen wir mal so, also am Anfang, Barisch kam mal zu uns, hat gequatscht und alles. Ich habe mal auch ein bisschen was von Bitke gehört, habe es aber nicht nachgelesen, gar nichts. Da kam Barisch, da habe ich mir gedacht, okay, schaue ich mal rein. Habe ich mir ein bisschen mal reingelesen. Ich bin auch nicht so der Typ wie der Barisch, der liest und macht und das. Nur mal ganz kurz ein bisschen, hab mir das mal so Ding. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich mit dem Geld rein, was ich zur Verfügung habe, was mir aber nicht weh tut, sage ich jetzt mal. Weil im Grunde das, was ich ja spare oder was ich mir halt irgendwie auf dem Konto habe oder vielleicht unter meinem Kissen oder was auch ich, ja. Das kann ich ja im Grunde investieren, ja. Und dann musst du halt mal testen. Und das ist genau der Punkt. Ich bin auch jetzt nicht all in gegangen, ja. Ich hatte auch jetzt nicht, sage ich mal, so viel Kohle, habe auch keinen Kredit genommen. Habe aber das, was ich habe, was ich das entbehren konnte, reingesteckt. Habe mir das mal angeschaut, ja. Und das war halt Bombe, ja. Also das hat sich halt jetzt schon vervielfacht, das Geld, ja. Und um das geht es halt einfach, ja. Und wenn man sich da mal auch mit ein bisschen befasst und dann man sieht, dass es halt noch Zukunft hat, das alles, ja. Wir reden jetzt hier nicht von ein, zwei Jahren, sondern wirklich Langzeit, ja. Fünf bis zehn Jahre, sogar vielleicht auch noch länger, man weiß es ja nicht. Dann ist es auf jeden Fall eine gute Investition, da reinzugehen. Und das ist halt der Punkt, man darf jetzt nicht, man muss ja nicht all in gehen, ja. Man muss jetzt nicht sagen, okay, ich hole mir einen Kredit oder irgendwas. Sondern es gibt vielleicht auch ganz, ganz kleine Beträge. Und man schaut sich das mal an, ja, wie das ist. Und dann sieht man das halt selber, ja. Liest noch ein bisschen vielleicht im Internet oder man holt sich ein paar Bücher. Da gibt es ja ein paar, Baris hat mir auch ein paar empfohlen. Mega gut, ja. Und das ist einfach der Start, sage ich jetzt mal, ja. Und wenn Interesse da ist, ja, von den Leuten einfach, ja, dann müssten wir es einfach mal selber versuchen und keine Angst davor haben, einfach, ja. Und das ist halt der Punkt, weißt. Weil das ist ja im Allgemeinen immer so. Wenn man ja zum Beispiel irgendwie Geld übrig hat, da will man ja vielleicht sagen, man will es ja vermehren oder sparen oder irgendwas. Dann tut man es auf so ein Sparkonto, das ist halt Bullshit, weil da kriegst du nicht viel. Da gibt es halt die Möglichkeit mit Aktien und natürlich, musst du sie auch auskennen. Immobilien musst du sie halt auch auskennen und das ist halt immer so der Punkt. Man muss einfach sich für etwas beschäftigen oder halt irgendwas machen und dann einfach sehen, was da passiert und daran glauben und dann wird es schon. Und wir haben halt das gemacht. Ich habe es gesehen, wie es funktioniert, das was geht und deswegen bin ich dabei, ja. Und ich bin happy. Läuft. Also das ist ja Teil unseres Lebens jetzt, das werden wir immer erwähnen, weil wir glauben daran und wir können es auch jedem empfehlen. Also wenn Bargisch jetzt demnächst seine Einnahmen zeigt und dies, das dann, dann wird es ja viele Neider geben, viele Hater, auch viele Blinde, die jetzt einfach dann kommen und Bargisch nachmachen wollen und sowas. Aber das ist aber auch gefährlich. Ja eben, das ist ja, das ist gefährlich. Es ist sehr gefährlich, weil es ist ja so, dass Bargisch ja einfach daran glaubt und es halt dann gemacht hat. Und das ist der Punkt, er hat daran geglaubt oder er glaubt daran. Und er ist in dieser Materie drin. Viel weiter als wir, ja. Und das ist halt der Punkt, das ist schwierig. Das Einzige, was wir immer sagen können, ist halt, geht es halt ein bisschen, schaut es halt selber, testet es halt. Ihr müsst euch langsam rantasten, ja. Aber verliert nicht so viel Zeit, weil irgendwann mal ist es vielleicht dann auch doch zu spät. Man weiß es ja nicht, ja. Das ist halt der Punkt. Aber mehr als, dass wir sagen, was wirklich Sache ist, ja. Ich meine, wir haben ja nichts davon. Weißt du? Wir haben ja nichts davon. Wenn ich jetzt euch locke, ja, sage ich jetzt mal, und sage, hey, investiert halt mal ein bisschen Geld rein. Was habe ich denn davon? Ich meine, wir wollen ja helfen. Barisch wollte uns auch nur helfen. 15 Euro über unseren Link. Ja. Okay, das war ich schon. Aber dann bekommt ihr auch noch was, ja. Ja. Ihr kriegt auch die 15 Euro. Und das ist halt der Punkt, ja. Barisch wollte auch nur helfen, hat uns halt was gesagt. Und wir haben, ja, vertraut, geglaubt, recherchiert auch, ja. Und da sind wir halt drinnen. Und das ist, das ist einfach ein Tipp von uns an euch, ja. Macht's das, ja. So ist es. Aber wenn es schief geht, ja, geht schief. Das ist halt, da geben wir auch nicht, da geben wir auch nicht die Schuld den Barisch zum Beispiel, ja. Genau, das Risiko sind wir uns bewusst. Ja. Und das solltet ihr euch auch sein. Also nur weil wir jetzt davon schwärmen und so halt nicht, dass es risikofrei ist, dass es für immer gut laufen wird. Ja, das ist halt der Punkt, ja. Das müsst ihr euch auch, ja, das müsst ihr euch auch bewusst sein einfach, ja. Dass wenn ihr jetzt genau dasselbe macht, dass es genauso funktionieren wird, also in der Regel schon, aber. In der Regel schon, ja. Ist nicht garantiert, natürlich. Genau. Ist ein schwieriges Thema, aber. Sehr schwieriges Thema. Demnächst, das wird halt immer mehr und wichtiger in unserem Leben. Ja, absolut, ja. Viele reden ja auch davon, ja. Und das lege ich euch ans Herz. Macht's das, ja. Schaut's mal einfach durch. Liest vielleicht ein paar Bücher. Wenn ihr Fragen habt, fragt's einen Barisch, der kann euch Bücher empfehlen. Liest es mal durch, ja, und dann werdet ihr selber sehen. Wenn ihr daran glaubt, dann glaubt ihr daran. Wenn nicht, dann sucht ihr ja einen anderen Weg, ja. Aber es ist auf jeden Fall kein schlechter, den wir euch jetzt hier sagen wollen. Seid's gespannt auf Barischstein-Einnahmen. Was heißt Barischstein, also unsere Einnahmen. Also, nein, Barischstein. Nur er wird sie verraten. Aber seid's gespannt auf seine Einnahmen demnächst. Das ist, ähm, das ist ein großer Schritt, den wir jetzt in die letzten Monate gegangen sind. Da hat sich viel entwickelt. Das, äh, von, ja, also, man merkt ja auch an dem Interesse der Leute. Davor nicht so wirklich, aber jetzt, äh, Bitcoin wird immer, ist immer mehr, wird davon geredet, berichtet. Die Leute sehen, wie es steigt und wie ist das. Und jetzt kommt halt das Interesse. Aber jetzt, jetzt ist er schon oben. Also jetzt, jetzt geht's schon ab bei uns. Und davon werdet ihr demnächst immer mehr sehen. Und das war's von uns heute. Checkt gerne die Streams ab. Folgt uns auf Instagram für mehr Sachen. Äh, informiert euch über Bitcoin. Und schaltet beim nächsten Livestream ein. Dort wird alles vergaten. Es wird echt, äh, serious business.